Wie hat sie das gemeint, was sie sagte? Ich habe zufällig gar nichts gehört. Nun, sie hat mir gesagt, wenn sie einen Mann haben will, dann schnappt sie sich den. Sie nimmt ihn sich. So viel Glück hatte ich noch nie. Aber was passiert danach? Ich meine, wenn man den Mann hat, was fängt man an mit so einem Mann? Das ist dann ganz leicht. Also, wie soll ich sagen, das ist ganz leicht zu erklären. Du musst nur... Ein Mann muss eine Frau... Kennenlernen muss er sie. Es gab früher Zeiten, da hat man sich mit den Lippen berührt. Also geküsst oder geküsst oder wie das hieß. Und dann geht ihr hier an, die vereinigen sich. Sie werden eins und dann holt er seinen... Sie werden eins? Ja, das muss sein, das muss, sicher. Ein Mann sieht anders aus als seine Frau. Na ja, er holt seinen... Na ja, er nimmt ihn in die Hand und zeigt ihn. Und sie, äh, sie nimmt also, äh, ich meine, wenn er dann die... Also, dann sind sie zusammen. Dann sind sie eins. Die Blümchen wachsen und die Bienen. Na ja, es ist ganz einfach. Und das ist ganz einfach. Ja. Okay.